Hey Leute, ich wollte nur ein kleines Infovideo machen, und zwar wird am Freitag den 20. Also heute in zwei Tagen, ein Doppelinterview stattfinden zwischen der Sua Isa und dem Tintenbaron. Natürlich alles auf meinem Kanal. Den Link dazu, falls ihr es nicht auf meinem Kanal seht, ist natürlich in der Beschreibung. Na gut, bis dahin wünsche ich euch... Na gut, bis dahin wünsche ich euch noch viel Spaß bei den zukünftigen Videos. Und bevor ihr fragt, ja das ist gerade alles improvisiert und ja. Na gut Leute, bis dann und auf Wiederhören. Tschö.